In der heutigen Review beschäftigen wir uns mit Saints Row Get Out of Hell. Kommen wir nun zu der Wertung. Die Kategorie Graphics erhält von uns insgesamt 8 von insgesamt 80 Punkten aufgrund schlechter Texturen und schwachem Charakterdesign. In der Kategorie Sound vergeben wir Saints Row 15 von 20 Punkten, weil die Soundkulisse solide, allerdings auch nicht hervorragend gut ist. Die Kategorie Music erhält 14 von 20 Punkten. Dabei ist nicht sonderlich viel Negatives, aber auch nicht sonderlich viel Positives hervorzuheben. Die Atmosphäre wirkte zwar abgedreht, jedoch dafür relativ ansprechend, weshalb wir in der Kategorie Atmosphere 12 von 20 Punkten vergeben. Die letzte Kategorie Gameplay bekommt von uns ebenfalls 15 von 20 Punkten, da erneut nicht viel zu bemängeln ist. Damit erhält Saints Row Get Out of Hell 64 von 100 Punkten. Eine detailliertere Bewertung findet sich wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt noch viel Spaß mit dem restlichen Gameplay. Und jetzt noch viel Spaß bei uns. Das fühlt sich gut. Do you want to play too? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, I feel much better, thanks. Oh, I feel much better, thanks. Oh, I feel much better, thanks.